Willkommen bei Connie Canarias und Spanisch mit Connie. So, es geht weiter mit Vokabeln. Seguimos con Vocabulario. Das Porzellan, das Porzellan, la Porcelana, la Porcelana. Das Glas, das Glas oder das Kristall, das Kristall. El Kristall, das Geschirr, das Geschirr, la Vajilla, la Vajilla. Zum Beispiel, zum Beispiel, por ejemplo, por ejemplo, etwas, etwas, algo, algo. Das Tee-Service, das Tee-Service, el Juego de Tee, el Juego de Tee. Das Kaffee-Service, das Kaffee-Service, el Juego de Kaffee, el Juego de Kaffee. Noch, noch, todavía, todavía. Ich kann nicht so viel ausgeben. Ich kann nicht so viel ausgeben. No puedo gastar tanto. No puedo gastar tanto. Der Preis, der Preis, der Preis. El Precio, el Precio, el Precio. Teurer sein, teurer sein, oder mehr kosten, mehr kosten. Ser de más precio, ser de más precio. Wenn, wenn, oder ob, 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 sie, sie, sie. Der Aschenbecher, der Aschenbecher. El Cenicero, el Cenicero. Rauchen, rauchen, fumar. Ich halte es nicht länger aus. No aguanto más. Lass uns gehen. Vámonos. Bis hierhin, hasta aquí. Vielen Dank an al abonenten. Muchas gracias a todos los suscriptores. Hasta mañana. Bis hierhin, 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 bis Vielen Dank.